Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Michael will spielen. Ich bin Michael Will und das hier, das sind die verlorenen Ruinen von Arnak. Das ist ein strategisches Worker-Placement-Deck-Building-Spiel aus der Feder von Min und Elven. Das wird für 1 bis 4 Spieler ab 12 Jahren empfohlen. Die Spieldauer wird mit ungefähr 30 Minuten pro Spieler angegeben und das Spiel ist bei Check Games Edition erschienen. Achtung, dieses Spiel ist mein diesjähriges Geburtstagsgeschenk von meiner Frau. Und hier muss ich mal ganz kurz was einschieben. Wann wisst ihr, dass die Frau, die ihr habt, die richtige für euch ist? Wenn sie euch nämlich zum Geburtstag nicht nur ein, Achtung, Spoiler-Alarm, sehr, sehr geiles Spiel schenkt, sondern wenn im zweiten Paket, was ihr zum Geburtstag bekommt, dann auch gleich noch der Organizer ist, dieses Insert, was man zusammenleimen kann, damit dieses Spiel dann auch ordentlich aufgeräumt wird. Ich liebe sie einfach. Es ist großartig, aber ich schweife etwas ab. Es geht um die verlorenen Ruinen von Arnak. Ich werde euch im Fazit natürlich sagen, was das für ein fantastisches Spiel ist. Achtung, nochmal Spoiler-Alarm. Aber zuerst erkläre ich euch, wie es gespielt wird. Und dazu wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Wir beginnen unsere Regelerklärung für die verlorenen Ruinen von Arnak natürlich wie immer mit dem Aufbau des Spiels. Paar Worte noch vorweg. Hier auf dem Tisch liegen jetzt natürlich noch ein paar Sachen, die nicht Teil des Standardspiels sind. Ich habe euch ja im Intro schon erzählt. Meine Frau, die Goldige, die sie ja ist, hat mir nicht nur das Spiel geschenkt, sondern gleich dazu auch noch den Organizer, damit in der Schachtel dann auch alles schön veräumt ist. Und das bedeutet natürlich, dass alle diese Holzschächtelchen, die hier stehen, die gehören natürlich nicht zum Spiel, sondern diesen Teil des Organizers. Aber dieser Organizer ist halt so cool gebaut, dass man diese Dinger tatsächlich einfach aus der Schachtel rausnehmen kann und hier auf den Plan stellen kann. Also normalerweise würde das so aussehen, dass hier eben nur ein Feld frei wäre und da würde man dann eben diese Rubinen zum Beispiel hier einfach drauf streuen. Und das ist natürlich doof, wenn man da hinkommt, dann fliegen die über den ganzen Tisch. Stattdessen kann man natürlich hier auch einfach diese Schächtelchen hinstellen und dann ist alles super schön aufgeräumt. Und das Gleiche gilt natürlich auch hier oben für diese Kartenhalter. Also auch hier wäre eigentlich natürlich einfach nur eine ganz normale Ablage von Karten unten drunter. Aber diese Lösung, dass man eben hier die Karten aufbewahren kann, rauslegen kann und die Ablage auch gleich hier nebendran ist, die ist natürlich klasse für den Aufbau des Spiels. Das ist aber nicht das Einzige, was nicht mehr originalgetreu ist. Ich habe auch ein paar dieser Tokens gleich mal ausgetauscht. Also ich zeige euch das hier mal am Beispiel der Münzen. So sehen irgendwie die normalen Münzen im Spiel aus. Das sind halt ganz normale Pappplättchen oder wie wir hier sagen würden, Babberdeckel. Und diese Babberdeckel kann man natürlich auch ersetzen gegen hier so eine 3D-gedruckte Plastikmünze, die schon ein bisschen schicker ausschaut. Das betrifft aber nicht nur die Münzen, sondern das gilt auch für diese Kompass-Tokens hier. Auch die sind an sich nur aus Pappe. Aber auch die gibt es natürlich als cool gemachte dreidimensionale Objekte. Und als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, okay, die brauche ich dringend, weil die werten das Spiel doch deutlich auf. Also, das nur als Hinweis. Nicht alles, was hier auf dem Spielplan liegt, gehört zum Originalspiel. Aber das sind alles Sachen, die das Spiel einfach noch deutlich cooler machen. Und deswegen würde ich euch tatsächlich auch empfehlen, euch die Sachen zu organisieren, wenn ihr denn mehr Zeit mit dem Spiel verbringen möchtet. Und das war jetzt das Vorwort. Und jetzt geht's auch los mit dem eigentlichen Spielaufbau. Beim Spielaufbau ist es so, nachdem ich das Regelheft aufgeschlagen habe und dann diese riesige Auslage hier gesehen habe, hatte ich am Anfang so ein bisschen die Furcht davor, dass das ein sehr kompliziertes Spiel sein würde. Also lasst euch nicht abschrecken von den vielen Dingen und der umfangreichen Anleitung. Es gibt viele Mechanismen, die hier ineinander greifen, aber die meisten sind so selbsterklärend und leicht verständlich, dass ihr, wenn ihr mal die Einstiegshürde genommen habt, ihr darüber nicht mal mehr nachdenken müsst. Also, jetzt geht's los mit dem Aufbau des Spiels. Ich habe euch hier schon mal eine Partie für zwei Spieler aufgebaut. Ich erzähle euch aber jetzt schrittweise, wie wir denn zu diesem Status dieses Bretts hier überhaupt gekommen sind. Das Erste, was ihr macht, ist, dass ihr mal den grundsätzlichen Spielplan auslegt. Das ist dieses große Ding, was hier unten drunter liegt. Achtung! Den gibt es auch in zwei verschiedenen Seiten. Es gibt eine Seite, die zeigt einen Vogeltempel. Das seht ihr hier oben. Und auf der Rückseite zeigt der Spielplan einen Schlangentempel. Die Anleitung sagt, für ein Beginnerspiel ist es besser, mal den Vogeltempel, die Vogeltempelseite zu verwenden. Für die Rückseite, für den Schlangentempel gibt es auch ein paar eigene Regeln, die ich jetzt aber im Laufe dieses Tutorials hier nicht erklären werde. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf den Vogeltempelplan. Und das ist auch der Plan, den wir als erstes hier auslegen. Dazu gehört noch so ein zusätzliches Stück Karton. Also, das ist hier unten echt was, was man hier unten anlegt, damit der Spielplan noch größer wird. Das ist quasi die Auslage, auf der dann die verschiedenen Ressourcen ausgelegt werden. Und auch dieses Stück Karton legt man hier einfach unten angrenzend an den Spielplan auf den Tisch. Das nächste, worum man sich kümmert, ist die Kartenreihe. Und die Kartenreihe, das ist dieser Bereich hier oben, den wir hier ausgelegt haben. Hier werden drei verschiedene Arten von Karten ausgelegt. Auf der linken Seite gibt es die Artefakte. Die zeige ich euch später sowieso nochmal ausführlicher. Jedenfalls, die Artefaktkarten werden alle gemischt und verdeckt hier auf die linke Seite gelegt. Dann gibt es die Furchtkarten. Furchtkarten sehen alle identisch aus. Deswegen legt man die offen aus. Die muss man auch nicht mischen, weil das ist eben ein Stapel. Die Karten, die da drin liegen, die sehen alle gleich aus. Und hier auf der rechten Seite hat man dann die Gegenstände. Und die Gegenstände werden genauso wie die Artefakte auf der anderen Seite gemischt und dann verdeckt hier ausgelegt. Also entweder in einen dieser Schuber hier oder einfach als verdeckten Stapel hier auf den Spielplan. Wenn das erledigt ist, schnappt man sich als nächstes den Mondstab. Der Mondstab, das ist dieses Element, was hier auf dem Plan liegt. Das zeige ich euch mal von Namen. Der Mondstab ist nicht nur ein ziemlich schickes Teil und der Rundenanzeiger, sondern der Mondstab hat auch noch eine ganz spezielle Funktion, die ich später erklären werde. Der Mondstab teilt nämlich die Kartenauslage in einen Bereich für Artefakte und einen Bereich für Gegenstände. Aber erstmal ist das Wichtige, der Mondstab ist ein Rundenanzeiger und deswegen wird der natürlich zu Beginn des Spiels hier so gelegt, dass er mit seiner Spitze hier genau auf der römischen 1 liegt, die hier auf dem Plan aufgedruckt ist. Um dann die Kartenreihe zu vervollständigen, macht man noch Folgendes. Sobald man den Mondstab hier ausgelegt hat, füllt man die linke Seite des Mondstabs, also eigentlich nur dieses eine Feld, mit einer Artefaktkarte, die hier ausgelegt wird. Und die fünf Felder, die hier rechts neben dem Mondstab sind, die füllt man einfach oben vom Stapel weg mit fünf Gegenständen, die man dann eben hier auf die entsprechenden Felder legt. Das ist dann so eine Art Markt mit Dingen, die man später im Spiel auch kaufen kann. Der wird dann später auch umgebaut und aufgefrischt, aber dazu gibt es dann später noch mehr Informationen, wenn ich euch grundsätzlich mal erkläre, was man denn mit den Karten überhaupt machen kann. Jetzt habe ich euch als allererstes mal die Kartenreihe gezeigt. Wie gesagt, das ist der Bereich hier oben. Dann kümmern wir uns beim Aufbau um den nächsten Bereich. Das ist die eigentliche Insel. Und die Insel ist dieser Bereich, dieser große Bereich hier in der Mitte des Spielplans. Das ist die Insel und was hier passiert, erkläre ich euch jetzt. Diese Insel besteht aus verschiedenen Ausgrabungsplätzen, auf denen wir später Grabungen durchführen können, Ausgrabungen durchführen können. Und um das ordentlich vorzubereiten, macht man als erstes folgendes. Man nimmt sich aus der Schachtel die sogenannten Totemplättchen. Diese Totemplättchen, das sind diese sechseckigen Plättchen, die ich hier schon ausgelegt habe. Ich nehme da mal eins und zeige euch das mal von nahem. Diese Totemplättchen schauen auf der Rückseite alle identisch aus. Das ist die Rückseite dieser Totemplättchen. Und da kann ich euch gleich auch noch eine ganz, ganz wichtige Geschichte zeigen. Dieses Spiel dreht sich natürlich darum, möglichst viele Siegpunkte zu bekommen. Und Siegpunkte sehen so aus, wie das hier unten, was auf dem Totemplättchen abgebildet ist. Hier steht eine 3 in so einem lilafarbigen Rhombus. Das sind immer Siegpunkte. Das heißt, überall auf dem Plan, wo euch dieser lilane Hintergrund, dieser lilafarbige Hintergrund mit einer Zahl drinnen begegnen. Da dreht sich das eben um Siegpunkte. Aber zurück zu den Totemplättchen. Diese Totemplättchen, wie gesagt, sehen auf der Rückseite alle gleich aus. Auf der Vorderseite haben die alle einen Benefit. Also etwas, was ich durchführen kann, wenn ich dieses Totemplättchen nehme. Dieses Totemplättchen zum Beispiel erlaubt mir, eine Karte zu verbannen. Was das bedeutet, das erkläre ich euch später noch genauer. Aber jetzt geht's zurück zu diesen Totemplättchen und was man mit denen überhaupt macht. Ihr holt euch alle Totemplättchen einfach aus der Schachtel, mischt die ordentlich durch. Und was ihr dann tut, ist, dass ihr hier in diesen mittleren Bereich der Insel, in dem diese Ausgrabungsstufe 1 angeschrieben ist, legt ihr auf jeden dieser Ausgrabungsplätze ein aufgedecktes Totemplättchen. Ganz zufällig. Hier oben drüber auf der Insel ist der Bereich mit den Ausgrabungsstätten Stufe 2. Das seht ihr hier an diesem Symbol. Und hier werden auf jeden Platz zwei Totemplättchen gelegt. Eins offen und eins verdeckt. Dann gibt es noch sogenannte Blockierungsmarker. Blockierungsmarker, das sind diese Wellensymbole hier, zeige ich euch mal von nahem. Das sind diese kleinen Symbole hier. Diese kleinen Symbole, die haben auf der Rückseite auch immer ein bestimmtes Element abgebildet, was jetzt in unserem Fall keine Rolle spielt. Denn diese Blockierungsmarker, die dienen dazu, die Anzahl der freien Plätze an diesen Orten hier eben zurechtzuschneiden für die Anzahl der Mitspieler, die mitspielen. Also, wenn ich zu zweit spiele, so wie wir das jetzt hier momentan aufgebaut haben, nehme ich alle fünf Blockierungsmarker und blockiere an jedem dieser Orte den rechten freien Platz. Sodass letztendlich im Spiel dann nur fünf einzelne Plätze frei sind, auf die ich dann später meine Archäologen schicken kann. Wenn ich zu dritt spiele, dann werden hier nicht fünf Plätze blockiert, sondern nur drei. Und da funktioniert es dann so, dass ich diese Plättchen einfach mal durchmische, mir drei davon ziehe und dann eben gucke, was ist auf der Rückseite des Plättchens abgebildet. Hier ist zum Beispiel eine Tafel abgebildet. Das bedeutet, dieses Plättchen würde ich dann hier auf den Ort legen, der sich eben hier um diese Tafeln dreht. Also, diese fünf Plättchen werden gemischt. Ich nehme drei raus, gucke mir an, wo die hingelegt werden und dann werden eben nur an diesem Ort der rechte freie Platz belegt. Wie gesagt, das gilt für das Spiel mit drei Spielern. Wenn wir in Vollbesetzung spielen, also wenn wir wirklich zu viert dieses Spiel spielen würden, dann werden überhaupt keine Plätze hier unten besetzt durch diese Blockierungsmarker, sondern dann hat jeder einzelne Ort wirklich zwei freie Plätze, an die ich später während des Spiels meine Archäologen schicken kann. Damit haben wir den zentralen Bereich der Karte, die Insel, auch schon fertig aufgebaut. Dann gehen wir hier mal in den Teil, der mir hier am nächsten liegt. Das ist die Forschungsleiste. Auf diese Forschungsleiste legt man sogenannte Tempelplättchen. Auch die zeige ich euch mal von Namen. Die Tempelplättchen schauen auf der Rückseite alle identisch aus. Also, die haben hier so ein Symbol auf der Rückseite. Auf der Vorderseite bieten sie einfach nur ein Symbol für einen Benefit, den ich bekomme, wenn ich eben dieses Plättchen erbeute. Das bedeutet, ich hole mir alle diese Tempelplättchen aus der Schachtel, mische die durch und dann lege ich auf jedes dieser Felder, was hier abgebildet ist, zufällig eins dieser Tempelplättchen. Aber Achtung, hier gibt es auch Felder, die sind hier oben mit einer Spieleranzahl markiert. Also, dieses Feld hier zum Beispiel bekommt nur ein Tempelplättchen, wenn man tatsächlich zu viert spielt. Dieses Tempelplättchen hier oben, da steht 3+, bekommt nur ein Plättchen, wenn man eben zu dritt oder zu viert spielt. Genauso wie dieses Plättchen hier drüben. Also, ihr müsst hier noch ein bisschen aufpassen, dass hier nicht auf jedes Feld ein Tempelplättchen bekommt, sondern eben nur auf die Felder, die zu eurer Spieleranzahl passen. Dann gibt es hier oben noch eine Leiste, da hat man dann quasi den verborgenen Tempel entdeckt. Hier wird ein kleiner Stapel aus Tempelplättchen abgelegt und zwar legt man hier genauso viele Tempelplättchen verdeckt ab, auch eben wieder wie Mitspieler mitspielen. Wir spielen zu zweit, das heißt, ich habe hier zwei verdeckte Tempelplättchen abgelegt. So, und dann gibt es hier oben noch eine Pyramide aus Bonusplättchen, die man dann ernten kann oder sich verdienen kann, wenn man eben tatsächlich diesen ganzen Baum hier schon hochgewandert ist. Auch hier ist es so, die gibt es eben in verschiedenen Werten. Die unterste Zeile, da sind die einzelnen Plättchen jeweils zwei Siegpunkte wert, auf der mittleren Ebene sind sie sechs Siegpunkte wert und auf der obersten Ebene sind sie elf Siegpunkte wert. Und hier ist es auch so, dass auf jeden dieser Plätze genau so viele dieser Plättchen gelegt werden, wie Mitspieler mitspielen. Also, wie gesagt, im Spiel zu zweit zwei, 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 zwei und auch diese höchste Kategorie bekommt jeweils zwei Plättchen und auch die werden hier ganz oben auf diese Forschungsleiste abgelegt. Damit haben wir jetzt schon einen Großteil unseres Spielplans aufgebaut. Jetzt schauen wir uns noch an, was hier unten in diesem unteren Bereich liegt. Das ist das sogenannte Vorratstableau. Hier liegen grundsätzlich mal alle unsere Ressourcen. Ressourcen haben wir folgende. Wir haben Goldmünzen, wir haben Kompasse, die habe ich euch vorhin schon gezeigt. Wir haben Rubine, wir haben Pfeilspitzen und wir haben Steintafeln. Das sind mal die grundsätzlichen Ressourcen, die hier liegen. Außerdem legt man hier unten noch drei Stapel mit Plättchen aus. Und zwar sind das die Ortsplättchen der Stufe 1, die Ortsplättchen der Stufe 2 und die Wächterplättchen, die diese Orte, die wir entdecken werden, bewachen. Alle diese drei Stapel bzw. jeder einzelne Stapel wird ordentlich gemischt und dann wird jeder Stapel verdeckt hier unten auf dem Ressourcentableau abgelegt. Es gibt hier auch noch Gehilfen. Das sind also quasi Helfershelfer, die man sich auch dazu casten kann, wenn man denn später im Spiel erfolgreich ist. Und diese Gehilfenplättchen, auch die werden hier abgelegt und zwar liegen hier an jedem Platz vier Stück. Wichtig ist nur, diese Gehilfenplättchen haben zwei verschiedene Seiten. Das zeige ich euch jetzt mal. Diese Gehilfenplättchen haben nämlich eine silberne Seite und eine goldene Seite. Es ist tatsächlich so, dass man später im Spiel diese Gehilfen nämlich auch wirklich upgraden kann. Aber man beginnt das Spiel natürlich mit der hellen, mit der silbernen Seite und deswegen werden diese Gehilfen auch hier alle mit der silbernen Seite in drei Stapeln gleichmäßig unten auf dieses Vorratstableau gelegt. Außerdem gibt es auch noch Forschungsmarker für jeden einzelnen Spieler. Forschungsmarker, die werden hier auf diese Forschungsmarker-Leiste gelegt. Da nehme ich einfach mal zwei von meiner Mitspieler und zeige euch die mal in Namen. Das ist wirklich sehr cool gemacht, denn man hat zwei Forschungsmarker. Einen, der bildet eine Lupe ab und einen, der bildet ein Notizbuch ab. Was es damit auf sich hat und warum der Unterschied zwischen beiden tatsächlich wichtig ist, das sage ich euch zu einem späteren Zeitpunkt. Was ihr jetzt tut, ist, dass ihr auf jeden Fall mal beides übereinander stapelt, also die Lupe oben auflegt und dann diesen kleinen Stapel mit euren beiden Tokens hier eben unten auf diese Leiste legt. Und damit ist es tatsächlich vollbracht. Also zumindest der Aufbau des Spielplans ist damit abgeschlossen. Aber jetzt seht ihr ja auch schon, hier liegt ja auch schon genug da, ja. Wir haben ja auch schon genug gearbeitet. Jetzt kümmern wir uns aber mal drum, was jeder einzelne Spieler noch auf seinem Spielertableau erhält. Also das allererste, was jeder Spieler natürlich erhält, ist ein Spielertableau. Das zeige ich euch mal von nahem. Auf den linken Bereich unseres Spielertableaus, hier, kommt dann später unser Kartendeck. Dafür gibt es auch diesen Rahmen, der hier schon vorgesehen ist. Hier im mittleren Bereich, der so ein bisschen leer ist, das ist so eine Ablage für so diverse Dinge, die wir und diverse Ressourcen, die wir im Lauf des Spiels bekommen. Hier werden dann auch später unsere Totems abgelegt. Für die Totems gibt es hier oben aber auch vier Einsatzplätze, wo wir die Totems später verwerten können, um zusätzliche Ressourcen zu bekommen, die hier auf der linken Seite der Totems abgebildet sind. Und es gibt natürlich hier noch einen Platz für die potenziellen Mitarbeiter, die wir rekrutieren können. Die Helfer, die wir auf unsere Expeditionen mitnehmen können. Ihr seht schon, dafür gibt es nur zwei Plätze. Bedeutet natürlich auch, dass wir im Laufe des Spiels auch nur zwei dieser Mitarbeiter mit an Bord nehmen können. Darüber hinaus bekommt jeder Spieler zwei Forschungsmarker. Die habe ich euch gerade schon vorgestellt. Das sind die Lupe und das Notizbuch. Auch in der Farbe des jeweiligen Spielers. Die werden ja hier auf dieses Vorratstableau gelegt. Das habe ich euch gerade eben schon gezeigt. Außerdem bekommt jeder Spieler noch zwei Archäologenfiguren. Die zeige ich euch auch von Namen. Das sind die klassischen Miepel, die man eben hat in einem Spiel. Ihr wisst ja, die verlorenen Ruinen von Anak ist ja zum einen Workerplacement und zum anderen Deckbilder. Und fürs Workerplacement braucht man eben Worker. Und das sind diese beiden Figuren, die jeder Spieler bekommt. Und die stellt jeder Spieler direkt auf sein Spielertableau. Was jetzt natürlich noch fehlt für ein Spiel, was ja auch Deckbuilding macht, sind Karten. Damit man eben sein Deck auch zusammenbauen kann. Und hier ist es so, dass jeder Spieler ein Startkartendeck bekommt, was aus sechs Karten besteht. Die zeige ich euch jetzt mal. Dieses Startkartendeck, was jeder Spieler bekommt, besteht grundsätzlich mal aus vier Karten in der Farbe des Spielers. Und zwar sind das zwei Finanzierungskarten. Es sind zwei Erkundungskarten, auf denen jeweils ein Kompass abgebildet ist. Die sind jeweils in der Farbe des Spielers. Das seht ihr hier oben am farbigen Rahmen. Und zusätzlich bekommt jeder Spieler noch zwei Furchtkarten, die er sich am Anfang des Spiels hier vom Furchtkartenstapel ziehen muss. Und diese Kartenhand, das sind dann die Startkarten, mit denen jeder Spieler das Spiel beginnt. Das bedeutet, diese Karten werden dann einfach mal ordentlich gemischt. Und wenn man die Karten ordentlich gemischt hat, dann packt man die direkt hier auf das Spielertableau, auf den dafür vorgesehenen Rahmen. Und dann ist das Spiel fast vollständig vorbereitet. Jetzt müssen wir nur noch eine Kleinigkeit tun. Ihr seht ja schon, hier vor mir liegt ja dieser lustige Wecker. Den zeige ich euch direkt nochmal von nahem. Dieser Wecker ist der Startspielermarker. Und in den verlorenen Ruinen von ANAC wird derjenige Spieler der Startspieler, der als letztes einen Ort besucht hat, an dem er vorher noch nicht war. Also derjenige Spieler, der als erstes oder als letztes einen neuen Ort erkundet hat, das wird der Startspieler. Der bekommt auch diesen Wecker. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ich das wäre. Und deswegen werde ich der Startspieler. Und damit, und jetzt sind wir wirklich fast fertig. Jetzt gibt es nur noch eine Kleinigkeit, die getan werden muss. Und zwar erhält jeder Spieler jetzt noch ein paar Startressourcen. Hier ist es jetzt witzigerweise so, dass nicht jeder Spieler gleich viele Startressourcen bekommt, sondern der Spieler 1, also der Startspieler, der bekommt erstmal aus der Bank zwei Gold, die er sich direkt auf sein Spielertableau legt. Der zweite Spieler im Uhrzeigersinn bekommt ein Gold und einen Kompass. Das bedeutet, ich würde mir jetzt hier einen Kompass und ein Gold nehmen und würde das direkt hier zu meinem Mitspieler auf der anderen Seite rüberreichen. Damit wären wir jetzt schon fertig. Wenn ihr aber zu dritt spielt, dann bekommt der Spieler 3 schon zwei Gold und einen Kompass. Und wenn ihr tatsächlich in Vollbesetzung spielt, also zu viert, dann bekommt der Spieler 4, ein Gold und zwei Kompasse. Und damit, ihr werdet es kaum glauben, ist der Aufbau des Spiels endlich abgeschlossen. Wir haben alles verteilt, der Tisch ist voll und damit kann unsere Partie, die verlorenen Ruinen von Anak, auch endlich beginnen. Sinnvollerweise würde ich euch jetzt aber gerne, bevor wir jetzt in den Rundenablauf starten, würde ich euch gerne erst noch erklären, wofür denn diese ganzen Ressourcen, die wir hier haben, später im Spiel verwendet werden. Es gibt ja hier jede Menge verschiedene Ressourcen, die im Spiel Verwendung finden und ich zeige euch jetzt grundsätzlich mal, wofür die denn gebraucht werden. Als erstes haben wir hier die Münzen. Die Münzen, das ist natürlich klar, die Münzen sind dazu da, dass man sich etwas kaufen kann. Also der Hauptverwendungszweck der Münzen ist folgender. Hier oben liegen ja in der Kartenreihe Gegenstände aus, die man später im Spiel auch käuflich erwerben kann. Und der Preis für diese Gegenstände sind eben die Münzen. Das nächste, was wir haben, das sind diese Kompasse hier. Die Kompasse, die braucht man zum einen, um Artefakte zu bezahlen und zum anderen, um Orte zu entdecken später im Spiel. Das ist also die Funktion der Kompasse. Als nächstes gibt es im Spiel solche Steintafeln. Die Steintafeln, die haben jede Menge Texte drauf, die man entziffern kann. Und es ist so, dass später im Spiel, wenn man denn Artefakte gefunden hat und die auch benutzen möchte, dann braucht man immer so eine Tafel dazu, die einem quasi erklärt, wie dieses Artefakt funktioniert. Also wenn man dann später wirklich Artefakte einsetzen möchte, spielen möchte im Spiel, dann kosten die meistens eine Steintafel. Und man braucht sie natürlich auch hier auf dieser Forschungsleiste. Also das ist ein Multifunktionsding. Wichtig fürs Spiel sind sie aber natürlich allemal. Die vierte Ressource, die im Spiel vorkommt, das sind diese Pfeilspitzen. Die Pfeilspitzen, die benutzt man im Wesentlichen dafür, um Wächter zu bezwingen. Wächter sind Monster oder Tiere, die eben von den Göttern abgestellt wurden, um die Ausgrabungsstätten oder die Tempel, an denen wir forschen wollen, zu beschützen. Und um die zu vertreiben, braucht man dann später hier diese Pfeilspitzen. Und last but not least gibt es dann hier auch noch diese roten Juwelen, also diese Rubine. Das ist eine ganz besondere Währung, die im Spiel extrem selten ist und extrem selten vorkommt und auch extrem teuer ist. Und die braucht man eben für manche Karten, für manche Funktionen. Und man braucht sie auch hier, um in diesem Forschungsbaum möglichst weit nach oben zu steigen. Da braucht man relativ viele von diesen Juwelen. Und das war auch die letzte Ressource. Und jetzt habe ich euch die Ressourcen alle vorgestellt. Und jetzt kann ich euch endlich erklären, wie denn das Spiel eigentlich abläuft. Ich habe euch ja vorhin, als ich euch diese Geschichte hier mit dem Mondstab erklärt habe, habe ich euch ja schon erzählt, dass der Mondstab ja so ein bisschen der Rundenanzeiger ist. Am Anfang des Spiels steht er hier auf der römischen Eins. Runde für Runde geht er dann weiter und wir sehen hier, der letzte Eintrag auf dem Spielplan ist eine Fünf. Und das bedeutet natürlich auch, dass dieses Spiel in fünf Runden gespielt wird. Tatsächlich ist am Ende der fünften Runde das Spiel auch vorbei. Dann wird Kassensturz gemacht und derjenige Spieler, der bis dahin die meisten Siegpunkte errungen hat. Das ist der Gewinner von den verlorenen Ruinen von Anak. Also soweit so gut. Wir wissen schon, Spiel wird in Runden gespielt und insgesamt gibt es davon fünf Stück. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, was passiert denn während einer Runde? Während einer Runde ist es so, jeder Spieler darf Züge durchführen. Also ich wäre jetzt der Startspieler, ich darf einen Zug durchführen. Wenn ich mit meinem Zug fertig bin, geht es im Uhrzeigersinn zum nächsten Spieler, zu meiner Linken, also sprich zum Spieler gegenüber. Dann darf der Mitspieler einen Zug durchführen und so geht das so lange rund um den Tisch, bis jeder Spieler gepasst hat. Also wenn man nichts mehr in dieser Runde tun möchte, dann passt man. Und wenn jeder Spieler gepasst hat, dann ist die Runde zu Ende, dann werden ein paar organisatorische Sachen abgehandelt und dann beginnt die neue Runde. Jetzt habe ich euch ja schon gesagt, dass dieses Spiel in mehreren Zügen gespielt wird. Jetzt ist die Frage, woraus besteht denn so ein Zug? Das Wichtigste, was ihr vorab verstehen müsst, ist, dass es hier bei Anak zwei verschiedene Arten von Aktionen gibt, die man während seines Zuges durchführen kann. Es gibt Hauptaktionen und es gibt Nebenaktionen. Wenn man am Zug ist, darf man immer genau eine Hauptaktion machen und beliebig viele Nebenaktionen. Was Hauptaktionen sind und was Nebenaktionen sind, das erkläre ich euch gleich, wenn ich euch mal die verschiedenen Möglichkeiten erzähle, was ihr denn in eurem Zug überhaupt machen könnt. Wichtig ist nur, dass ihr vorab mal gehört habt, dass ihr eben, wenn ihr dran seid, eine Hauptaktion machen dürft und beliebig viele Nebenaktionen. Und wenn ihr dann das gemacht habt, dann sagt ihr, okay, ich bin jetzt erstmal fertig und dann ist der nächste Spieler mit seinem Zug an der Reihe. Und jetzt ist es höchste Zeit, dass ich euch erkläre, wie denn so eine Runde abläuft. Also zu Beginn einer Runde nimmt sich als allererstes mal jeder Spieler die obersten fünf Karten von seinem Nachziehstapel. Das werden seine Handkarten. Momentan haben wir ja nur sechs Karten, die da vor uns liegen. Das ist unsere Startkartenhand. Das heißt, was wir da jetzt bekommen, ist wenig überraschend. Das heißt, wir nehmen jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf Karten. Die restliche Karte kommt unbesehen hier wieder zurück auf meine Nachziehstapel. Und die fünf Karten, die ich jetzt genommen habe, das ist meine Kartenhand. Und jetzt muss ich euch gleich mal ganz wichtig erklären, was es denn mit dem Aufbau der Karten auf sich hat. Wichtig, ihr könnt diese Karten zu zwei verschiedenen Zwecken ausspielen. Entweder ihr bezahlt mit der Karte eine Bewegung, dann ist dieses Symbol, was hier oben links abgebildet ist, relevant. Diese Symbole, die gibt es in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also zum einen mal gibt es einen Schuh. Das ist quasi die einfachste Art, sich an einen Ort zu bewegen. Dann gibt es einen Level oben drüber. Autos und Schiffe. Das sind die Symbole, die hier abgebildet sind. Und dann gibt es später im Spiel noch ein Flugzeug-Symbol. Und das bedeutet, wir werfen jetzt mal einen Blick auf den Spielplan. Ich habe euch ja schon gesagt, hier im Zentrum des Spielplans sind ja die einzelnen Ausgrabungsorte, die wir später im Spiel besuchen können. Und wie ihr ja seht, hier an diesen Plätzen, wo ich dann später meinen Archäologen hinstellen kann, seht ihr immer so runde Symbole mit abgebildeten Fahrzeugen. Und diese abgebildeten Fahrzeuge hier, die definieren genau den Preis, den ich bezahlen muss, um eben hier hinzureisen. Das bedeutet, dieses Basislager hier, wo schon alle Orte aufgedeckt sind, da reicht mir ein Schuh, um dort hinzureisen. Bei den mittleren Orten hier im Zentrum der Insel bräuchte ich entweder ein Schiff oder ein Auto, um dort hinzukommen. Und die Regionen, die noch weiter von meinem Basislager entfernt sind, hier ganz oben in der Insel, hier muss ich sogar schon zwei Karten mit den entsprechenden Bewegungssymbolen spielen, um meinen Archäologen an diesen Platz bringen zu können. Das ist mal die grundsätzliche Idee, was ich denn an Reisekosten bezahlen muss, um bestimmte Orte zu besuchen. Wo wir jetzt schon bei den Reisekosten sind, zeige ich euch auch noch den Zusammenhang, der zwischen den einzelnen Reisekosten besteht. Diese Reisekosten haben nämlich eine bestimmte Hierarchie. Also die unterste Hierarchie, das ist der Schuh. Also der ist nichts Besonderes, das ist quasi die einfachste Form. Über dem Schuh ist, habe ich euch gerade schon gesagt, sind das Auto und das Boot. Ihr seht aber hier anhand der Pfeile, dass ich ein Auto jederzeit anstelle eines Schuhs einsetzen kann. Oder ich kann natürlich auch ein Boot jederzeit anstelle eines Schuhs einsetzen, weil die einfach mehr wert sind. Das bedeutet, wo ich jetzt zu Fuß hinlaufen kann, kann ich natürlich auch entweder mit dem Auto fahren oder auch mit dem Schiff hinfahren. Wichtig ist nur, ich kann ein Auto nicht durch ein Schiff und ein Schiff nicht durch ein Auto ersetzen. Also der Wechsel hier auf dieser Ebene geht nicht. Aber hier ganz oben drüber ist ja auch noch das Flugzeug. Und das Flugzeug ist quasi der Joker für alle Bewegungsarten, die hier unten drunter sind. Ich kann ein Flugzeug einsetzen anstelle eines Autos, anstelle eines Schiffs und sogar anstelle der Schuhe, die hier unten abgebildet sind. Und wo wir gerade dabei sind, eine der wichtigsten Regeln, die man immer gerne vergisst, ist, dass ich im Spiel jederzeit einen Piloten anwerben kann für zwei Goldstücke. Heißt also quasi, wenn ich irgendwann im Spiel irgendwo hinreisen möchte und habe nicht mehr eine Karte auf der Hand, die hier ein entsprechendes Symbol zeigt, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, stattdessen zwei Gold zu bezahlen, dafür einen Piloten anzuwerben und ein Flugzeugreisesymbol zu bekommen. Also, jetzt haben wir einen ziemlich langen Exkurs gemacht. Die erste wichtige Information, die auf den Handkarten zu sehen ist, das sind eben diese Reisesymbole, die man eben braucht, um bestimmte Orte auf der Insel besuchen zu können. Und damit gehen wir wieder zurück in meine Handkarten. Ich habe euch ja jetzt schon erklärt, wofür diese Reisesymbole hier oben gedacht sind. Ich kann diese Karten aber auch tatsächlich verwenden, um die Aktion der Karte durchzuführen. Es gibt hier ja, ihr seht es ja hier in der Auslage, später schon Karten, die richtig spektakuläre Aktionen haben. Die Handkarten, die ich am Anfang bekomme, die sind natürlich noch nicht so spektakulär. Wichtig ist, ich zeige euch hier jetzt schon mal vorab diesen Blitz. Dieses Blitzsymbol bedeutet, die Aktion, die neben dem Blitzsymbol abgebildet ist, ist eine Nebenaktion. Ich habe euch am Anfang gesagt, wenn ihr im Zug seid, dürft ihr eine Haupt- und beliebig viele Nebenaktionen machen. Und alle Nebenaktionen werden auf dem ganzen Spiel und im ganzen Spiel mit diesem Blitz markiert. Und das bedeutet, ich könnte diese Karte auch jederzeit ausspielen und würde dafür aus dem allgemeinen Vorrat eine Goldmünze bekommen. Oder ich würde aus dem allgemeinen Vorrat eben einen Kompass bekommen. Das wäre die Funktion, oder das würde passieren, wenn ich diese Karte für ihre Funktion ausspiele. Wichtig ist nur, wenn ich eine Karte ausspiele, dann darf ich sie entweder nur für ihren Bewegungswert oder nur für ihre Aktion ausspielen. Also ich dürfte diese Karte nicht ausspielen, irgendwo hinreisen und dann noch den Kompass kassieren, sondern ich darf immer nur eins von beiden machen. Und jetzt kommen wir auch noch zur letzten Kartenart, die ich hier in der Hand habe. Das ist die Furchtkarte. Die Furchtkarte hat keine Funktion. Das ist einfach nur eine Karte, die mir mein Deck mehr oder weniger zumüllt. Ich darf sie für eine Bewegung verwenden, aber das sind halt auch immer nur Schuhsymbole. Also ich darf damit nur nicht mal sonderlich weit reisen. Und noch viel schlimmer ist aber, dass ich am Ende des Spiels, und das seht ihr hier unten an diesem Minus-1 in diesem Siegpunkte-Diamanten hier, am Ende des Spiels bekomme ich für jede Furchtkarte, die ich in meinem Kartendeck habe, einen Siegpunkt abgezogen. Also das sind Karten, die ich nicht in meinem Deck haben möchte. Aber grundsätzlich habt ihr jetzt schon mal gesehen, was die Karten bedeuten, welche Funktion sie haben und wie ich diese Karten denn auch ausspielen kann. Und dann sind wir jetzt natürlich endlich soweit, dass ich euch mal die Hauptaktionen vorstellen kann. Jetzt sind wir eigentlich im Herzen und im Kern des Spiels. Es gibt insgesamt sieben verschiedene Aktionen, die ich durchführen kann, wenn ich am Zug bin. Nummer 1, ich kann an einem Ort graben. Nummer 2, ich kann einen neuen Ort entdecken. Nummer 3, ich kann einen Wächter bezwingen. Nummer 4, ich kann eine Karte aus der Kartenauslage kaufen. Nummer 5, ich kann eine Karte spielen. Wohlgemerkt eine Karte, die nicht dieses Blitzsymbol hat, weil Blitzsymbole bedeuten immer Nebenaktionen. Aber hier liegen ja auch Karten, die Aktionen haben, die nicht mit einem Blitzsymbol gekennzeichnet sind. Das heißt, die auszuspielen wäre dann eine Hauptaktion. Dann gibt es noch die Aktion forschen. Das ist die Aktion Nummer 6. Das bedeutet, ich bewege eins meiner beiden Tokens hier diesen Pfad nach oben. Und es gibt natürlich noch die Aktion 7. Das ist passen. Also wenn ich keinen Zug mehr machen möchte, wenn ich nichts mehr machen kann oder nichts mehr machen möchte, dann passe ich und dann bin ich für diese Runde mit meinen Aktionen am Ende. Jetzt werde ich euch der Reihe nach die einzelnen Hauptaktionen vorstellen und euch erklären, was ihr denn im Rahmen dieser Aktion tun könnt. Nummer 1, an einem Ort graben. An einem Ort graben, das ist eine schicke Bezeichnung für das eigentliche Worker-Placement. Bedeutet, ich nehme meinen Archäologen von meinem Charakter-Tableau und stelle den an irgendeinen Ort hier auf dieser Insel. Wichtige Bedingung Nummer 1, der Ort muss natürlich frei sein. Bedeutet, wenn hier zum Beispiel an diesem Ort schon ein Miepel von meinem Mitspieler steht, darf ich an diesem Ort nicht mehr graben. Also dieses Feld ist dann quasi besetzt. Angenommen, ich hätte aber ein freies Feld, momentan wären ja alle fünf Felder hier unten frei, dann dürfte ich diesen Ort besuchen. Wie ich es euch aber gerade schon erklärt habe, müsste ich dafür eine Karte ausspielen, um den Bewegungswert zu bezahlen, der hier in diesem Feld abgebildet ist. Also, wir gehen jetzt einfach mal davon aus. Ich würde jetzt gerne diesen Ort hier besuchen, dann würde ich jetzt meinen Archäologen hier hinstellen. Der steht auf einem Fuß-Symbol. Da könnte ich jetzt tatsächlich gleich meine Furchtkarte verwenden. Die hat hier oben dieses Schuh-Symbol abgebildet. Und dann würde ich diese Karte einfach hier in meinen Spielebereich spielen. Der Spielebereich ist einfach der Bereich hier rechts neben meiner Charakterkarte. Dann hätte ich die Karte gespielt, hätte die Bewegungskosten bezahlt und dürfte jetzt meinen Archäologen hier an diesen Ort stellen. Die Aktion heißt ja aber an einem Ort graben. Es muss mir ja auch nur was bringen. Und tatsächlich ist es so, dass immer wenn ich einen Ort besuche, dann bekomme ich sofort die Ressourcen, die hier unten in diesem hellen Bereich dieses Ortes angegeben sind. In meinem Fall wären es jetzt zum Beispiel zwei Steintafeln. Heißt so viel wie, wenn ich den Ort besucht habe, die Bewegungskosten bezahlt habe, würde ich mir direkt aus dem allgemeinen Vorrat zwei Steintafeln nehmen und würde diese beiden Steintafeln hier direkt auf mein Spielertableau legen. Wir fassen nochmal die erste Aktion zusammen. Ihr sucht euch einen Ort aus, an den ihr gehen möchtet. Ihr zahlt die Bewegungskosten und bekommt dann sofort den Effekt oder den Bonus, den ihr eben hier auf diesen Karten abgebildet habt. Ich kann euch der Reihenfolge die nochmal vorstellen. Also das ist relativ selbsterklärend. Hier drüben gibt es eben zwei Goldmünzen, hier gibt es zwei Kompasse, hier gibt es zwei Tafeln. An diesem Ort bekommt man eine Pfeilspitze und an diesem Ort, hier ist ein besonderes Symbol abgebildet. Das bedeutet, man besucht diesen Ort, muss eine zusätzliche Karte ausspielen. Das bedeutet dieses Symbol und bekommt aber dafür dann einen Rubin. Ich habe es euch ja gesagt, diese Kristalle hier, das sind ganz besondere Dinge, die sehr wertvoll sind. braucht man eben hauptsächlich hier, um diesen Track hier hochzuwandern. Das heißt, wenn man aber einen braucht, kann man jederzeit diesen einfachen Ort hier unten besuchen, muss eine zusätzliche Karte abspielen und bekommt dann dafür einen Rubin. Das war die erste Aktion. Die zweite Hauptaktion, die ich durchführen kann, heißt einen Ort entdecken. Und jetzt könntet ihr ja fast raten, ja, natürlich ist es so, dass dieser große Bereich hier auf dem Spielplan, der ist ja noch nicht entdeckt. Hier liegen ja noch keine Orte. Hier liegen zwar jede Menge Talismane, aber hier liegt kein Ort. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich diese Orte entdecken? Das Wichtigste vorab ist, dass es nicht reicht, wenn ihr hier nur die Reisekosten bezahlt, um diese Orte zu besuchen, sondern ihr müsst diesen Ort eben erst entdecken. Und das bedeutet, ihr müsst für diese Orte der Kategorie 1 drei Kompasse abgeben und für die vier Orte, die hier oben in der Kategorie 2 sind, müsst ihr schon sechs Kompasse abgeben. Also das ist erst mal die Gebühr, die ihr zahlen müsst, um überhaupt den jeweiligen Ort zu entdecken. Wenn ihr den Ort dann entdeckt habt und die jeweiligen Kompasse bezahlt habt, dann müsst ihr trotzdem noch die Bewegungskosten bezahlen, um euren Archäologen an diesen Ort zu stellen. Und was dann passiert, das sage ich euch jetzt. Angenommen, ich hätte jetzt diese drei Kompasse in meinem Vorrat und hätte die bezahlt, dann dürfte ich mir jetzt einen dieser Orte aussuchen. Netterweise sehe ich ja schon, welchen Bonus mir diese Talismane geben, weil die liegen ja hier offen. Das bedeutet, ich würde jetzt zum Beispiel mit meinem Archäologen gerne hier hingehen. Das bedeutet, ich würde jetzt diese drei Kompasse bezahlen. Dann würde ich mich hier hinstellen, müsste dafür eine Bootsreisekarte bezahlen, die würde ich jetzt hier in meinen Spielbereich legen. Dann hätte ich einen legitimen Zug gemacht, hätte meinen Archäologen hier hingestellt und dann dürfte ich mir als erstes diesen Talisman nehmen und würde sofort den Bonus bekommen, der hier abgebildet ist. Das bedeutet, ich würde sofort eine Goldmünze bekommen. Die lege ich hier auf mein Spielertableau und den Talisman lege ich hier auch auf mein Spielertableau. Dann wäre dieser Ort hier frei und ich würde die oberste Karte hier vom verdeckten Ortestapel nehmen, würde diesen Ort aufdecken und an den Ort legen, an dem ich hier momentan stehe. Jetzt habe ich hier einen neuen Ort aufgedeckt. Ich bekomme auch hier wieder einen Bonus durch das Aufdecken dieses Ortes. Das wäre in diesem Fall ein Kompass und eine Pfeilspitze. Da habe ich Glück gehabt. Und diese beiden Ressourcen nehme ich mir und lege auch die hier auf mein Charaktertableau. Leider ist es aber so, wie es mit den meisten antiken Tempelanlagen so ist, dass es natürlich so ist, dass dieser Ort von einem Wächter beschützt wird. Und das bedeutet, sobald ich jetzt diesen Ort aufgedeckt habe und mir den Bonus geholt habe, den mir dieser Ort gibt, muss ich das oberste Plättchen von diesem Wächterstapel nehmen, drehe das um und lege das hier so oben auf diesen Ort drauf. Also das macht mir jetzt momentan erst mal keinen Schaden. Es ist nur blöd, wenn man dann am Ende der Runde seinen Archäologen wieder zurückholt, weil jedes Mal, wenn man das macht und der Archäologe steht an einem Ort, der noch von einem Wächter beschützt wird, muss man sich eine Furchtkarte nehmen und die unten in sein Deck hinzufügen. Aktuell macht mir das momentan noch keinen Schaden. Aktuell ist alles gut. Da liegt jetzt halt ein Wächter. Den kann man noch besiegen. Das ist aber eine Hauptaktion, einen Wächter zu besiegen. Und wie die funktioniert, das erkläre ich euch im nächsten Schritt. Wichtig ist dabei noch zu verstehen. In dem Moment, in dem einer der Spieler hier diesen Ort aufdeckt, ist das ab dann auch ein Ort, den andere Mitspieler in der nächsten Runde zum Beispiel besuchen können. Also ob jetzt da ein Wächter drauf ist oder nicht, ist völlig egal. Wenn wir in der nächsten Runde dann wieder starten, ist hier natürlich auch ein freies Feld. Und wenn einer meiner Mitspieler die Reisekosten bezahlen kann, um seinen Archäologen hier hinzustellen, dann darf er diesen Ort besuchen und darf auch den Benefit erhalten, den dieser Ort eben liefert. In diesem Fall zum Beispiel einen Kompass und eine Pfeilspitze. Jetzt machen wir, bevor ich euch die nächste Hauptaktion erkläre, noch einen kurzen Exkurs. Ich habe euch ja eben gezeigt, dass ihr ja diese Totems, die ihr hier bekommt, die legt ihr ja auf euer Charaktertableau. Das ist so. Jedes dieser Totems gibt am Ende des Spiels drei Siegpunkte. Und jetzt ist es aber so, dass es hier auf eurem Charaktertableau ja diese vier Felder gibt, auf denen hier ebenfalls Siegpunkte aufgedruckt sind. Was hat es denn jetzt mit denen auf sich? Ihr dürft jederzeit, wenn ihr dran seid, im Rahmen einer Nebenaktion eins eurer Totems auf eines dieser Felder legen. Das hat einen Vorteil, denn jedes Mal, wenn ihr das tut, dürft ihr euch aus dieser Liste, die hier nebendran abgebildet ist, eine der Aktionen aussuchen. Also ihr dürft entweder eine Münze in einen Rubin tauschen, ihr dürft euch eine Pfeilspitze nehmen, ihr dürft euch zwei Tafeln nehmen, ihr dürft euch eine Münze und einen Kompass nehmen oder ihr dürft euch von eurem Nachziehstapel eine zusätzliche Karte in die Hand nehmen. Also wenn ihr irgendwann mal Ressourcen dringend braucht, dann dürft ihr eben eure verdienten Totems hier auf diese Felder legen. Das Problem dabei ist aber, auf diesen Feldern sind ja auch Siegpunkte aufgedruckt. Und das bedeutet, wenn ihr diese Felder denn blockiert mit euren Totems, dann verliert ihr diese Siegpunkte am Ende, denn ihr bekommt am Ende nur Siegpunkte für Felder, die eben noch offen liegen. Das bedeutet, wenn ihr am Ende des Spiels diese vier Felder hier offen liegen habt, dann bekommt ihr zusätzliche zehn Siegpunkte. Und das ist echt eine Menge Holz, zehn Siegpunkte. Wenn ihr aber im Spiel eben öfter hier auf diesen Notnagel zurückgreifen musstet und eben eure Totems hier auf diese Plättchen legt, dann verliert ihr, je öfter ihr das macht, eben umso mehr Siegpunkte. Das ist ganz wichtig, dass ihr das im Auge habt, dass ihr eben immer mit diesen Totems, die ihr bekommen habt, hier zusätzliche Ressourcen auf eurem Charakter-Tableau generieren könnt. Damit haben wir auch die zweite Hauptaktion abgeschlossen, eben einen Ort zu entdecken. Dann kommen wir zur dritten Hauptaktion. Und da geht es jetzt eben darum, wie man diese lästigen Wächter entsorgen kann. Das ist tatsächlich relativ selbsterklärend. Am Anfang der Runde liegt das ja zum Beispiel so da wie hier. Das bedeutet, ich müsste als allererstes natürlich mal wieder die Reisekosten bezahlen, in diesem Beispiel ein Schiff, um meinen Archäologen hier hinzustellen. Und dann dürfte ich versuchen, diesen Wächter zu besiegen. Und was ich liefern muss, um diesen Wächter zu besiegen, das steht direkt hier auf dieser Wächterkarte abgebildet. Ich zeige euch das mal von nahem. Wenn ihr euch mal diese Wächterkarte anschaut, dann seht ihr hier unten die Ressourcen, die ihr eben aufbringen müsst, um diesen Wächter zu besiegen. Bedeutet, ich müsste eine Karte ausspielen, um eben ein Flugzeug zu spielen. Oder, Achtung, nicht vergessen, ich darf natürlich auch jederzeit zwei Goldstücke bezahlen, um einen Piloten anzuheuern, um eben so ein Flugzeugsymbol zu bekommen. Ich brauche aber auf jeden Fall eine Pfeilspitze, um diesen Wächter zu besiegen. Und das könnte ich euch jetzt direkt mal am Beispiel zeigen. Ich lege das jetzt nochmal so schön hin. Ich habe in meinem Vorrat zwei Goldmünzen. Die dürfte ich bezahlen und dürfte eben für diese zwei Goldmünzen einen Piloten engagieren. Dann hätte ich das Flugzeugsymbol geschafft. Außerdem habe ich eine Pfeilspitze. Dann würde ich auch die Pfeilspitze in den allgemeinen Vorrat zurücklegen und hätte in dieser Sekunde diesen Wächter besiegt und dürfte diesen Wächter in meinen persönlichen Vorrat legen. Wächter geben am Ende des Spiels immer fünf Siegpunkte. Egal, was ich mit denen mache, aber die Wächter spendieren mir auch einen Segen. Und dafür zeige ich euch diese Karte nochmal von nahem. Hier oben rechts ist nämlich noch ein Segen abgebildet. Den darf ich einmal überhaupt im ganzen Spiel verwenden. Und das wäre eine Aktion, dass ich eben eine Karte verbannen kann. Karten verbannen ist ganz cool. Das heißt, es sind Karten, die kommen dann nicht in meine persönliche Ablage, sondern die werden direkt aus dem Spiel genommen. Und mit diesem Effekt kann ich zum Beispiel Furchtkarten, die mir ja mein Deck zumüllen, einfach entsorgen. Wichtig aber, diese Aktion darf ich tatsächlich im ganzen Spiel nur ein einziges Mal machen. Und wenn ich das gemacht habe, drehe ich das Wächterplättchen um, lege das in meinen Vorrat und dann sehe ich immer noch, okay, ich kriege immer noch die fünf Siegpunkte. Aber ich darf zumindest den Segen des Wächters nicht nochmal verwenden. Die vierte Aktion, die ich durchführen kann, wenn ich denn am Zug bin, ist eine Karte zu kaufen. Das ist relativ selbsterklärend. Karte kaufen bedeutet, ich kann entweder einen Gegenstand kaufen, den bezahle ich mit Gold. Die Kosten des Gegenstands sind hier immer auf der linken unteren Seite angegeben. Oder ich kann ein Artefakt kaufen. Artefakte bezahle ich mit Kompass-Symbolen. Ich kann euch direkt eine dieser Karten hier mal zeigen, damit ihr mal seht, wie die aussehen. Gegenständekarten haben hier rechts oben immer dieses Symbol von diesem Schäufelchen. Haben hier so ein bisschen einen Bereich, in dem der Gegenstand auch abgebildet ist. Hier unten steht immer der Preis, den ich bezahlen muss, um den Gegenstand zu bekommen. Und das Coole ist, viele Gegenstände geben mir auch Siegpunkte am Ende des Spiels. Das ist hier unten abgebildet. Und hier in der Mitte steht dann immer die Aktion. Und die Aktion heißt, ich bekomme zum einen mal ein Gold und dann ziehe die unterste Karte von deinem Deck. Heißt, ich darf mir eine zusätzliche Karte aus meinem Deck in die Hand nehmen. Das Wichtige dabei ist aber, wenn ich jetzt eine Karte kaufe von dieser Kartenleiste, zum Beispiel diese, dann bekomme ich die nicht direkt in meine Kartenhand, sondern dann wird diese Karte umgedreht und verdeckt unter meinen Kartenstapel gelegt. Das bedeutet, ich habe mit ziemlicher Sicherheit diese Karte in der nächsten Runde dann in der Hand, weil am Ende der Runde werden immer die Karten, die ich benutzt habe, gemischt und unter meinen aktuellen Kartenstapel gelegt. Und die neuen Karten werden von oben wieder weggenommen. Das bedeutet, wichtig aber, jede Karte, die ich kaufe, egal ob ein Gegenstand oder ein Artefakt, kriege ich nicht sofort in die Hand, die darf ich nicht sofort verwenden, sondern die werden eben erst meistens in der nächsten Runde spielbar gemacht. Jetzt habe ich hier ja eine Lücke generiert durch den Gegenstand, den ich gekauft habe. Man füllt die dann nicht so auf, dass man die quasi einfach auffüllt mit einer Karte vom Nachziehstapel, sondern man nimmt dann die Karten, die rechts davon liegen, und schiebt die immer nach und füllt dann den rechtesten Platz, der hier entsteht, mit einer Karte vom Nachziehstapel auf. Das gilt zum Beispiel auch, wenn ich diese Karte hier neben dem Mondstab gekauft hätte, dann wäre ja hier diese Lücke. Ich würde alle vier Karten erstmal nachschieben, dann hätte ich hier am rechten Rand wieder den freien Platz und den fülle ich wieder auf mit einer Karte vom Nachziehstapel. Bei der Gelegenheit zeige ich euch dann auch gleich mal eine Artefaktkarte. Artefaktkarten sehen ganz ähnlich aus wie Gegenstandskarten. Die haben halt hier oben nur diese Amphore als Symbol dafür, dass es eben ein Artefakt ist. Hier unten steht der Effekt, den ich mit der Karte machen kann, der Preis in Kompassen, den ich bezahlen muss, die Siegpunkte, die ich bekomme. Und jetzt haben aber diese Artefaktkarten noch eine Besonderheit. Denn wenn ich mir eine Artefaktkarte kaufe, dann darf ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Karte kaufe, einmal kostenfrei diese Aktion durchführen, die hier auf dem Artefakt aufgedruckt ist. Dann kommt diese Karte in meine Ablage und später in mein Kartendeck. Wenn ich aber dann zu einem späteren Zeitpunkt dieses Artefakt aus meiner Hand spielen möchte, um diesen Effekt abzuwickeln, dann kostet mich das jedes Mal eine dieser Steintafeln. Also wichtig bitte beachten, wenn ihr in einem späteren Verlauf des Spiels eine Artefaktkarte für ihre Funktion ausspielt, dann kostet das eine Steintafel. Das haben wir in unseren ersten Runden immer mal gerne vergessen. Deswegen sage ich euch das jetzt so ausführlich. Wenn ihr ein Artefakt spielt, später im Spiel, dann vergesst nicht den Preis, den ihr in Steintafeln bezahlen müsst. Das bringt uns aber gleich zur fünften Aktion, die ihr machen könnt, wenn ihr dran seid. Ihr dürft eine Karte ausspielen, um den Effekt der Karte eben auszuführen. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Wenn ihr irgendwann mal eine Karte habt, die halt tatsächlich auch einen Effekt hat, so wie diese Karte, die ich jetzt hier gerade eben unter meinen Kartenstapel gelegt habe, und in diesem Effekt ist kein Blitz abgebildet, dann müsst ihr tatsächlich eine Aktion aufwenden, um diese Karte auszuführen. Wichtig ist eben auch, es gibt eben auch bestimmte Karten, die eben verbannt werden müssen, wenn sie denn ausgeführt werden. Und wenn eine Karte verbannt wird, dann kommt die Karte immer komplett aus dem Spiel. Also die kommt nicht in euren Spielbereich, sondern die kommt tatsächlich komplett aus dem Spiel. Das sind meistens sehr starke Karten, die euch viele Ressourcen geben oder einen supercoolen Effekt abfeuern. Die sind eben dann genau dafür da, dass man die halt im Spiel nur einmal machen darf, weil sie eben danach verbannt werden. Das ist in Kürze das, was ihr eben machen müsst, wenn ihr eine Karte ausspielen wollt. Aber ich denke, das ist auch selbsterklärend. Und die Effekte, die die Karten machen, die stehen tatsächlich auf der Karte aufgedruckt. Dann kommen wir jetzt zur vorletzten Aktion, die ich in meinem Zug machen kann. Und da geht es jetzt um die Forschung. Wie funktioniert denn Forschung? Forschung bedeutet grundsätzlich, dass ich mit meinen beiden Tokens, mit meiner Lupe und mit meinem Notizbuch diesen Baum hier hochgehe. Was kann man denn hier machen? Wichtig vorab, jedes Mal, wenn ihr eins eurer Tokens weiter bewegen wollt, müsst ihr den Preis zahlen, der hier in diesem Verbindungsblock abgedruckt ist. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf das nächste Feld ziehen möchte mit meiner Lupe, dann muss ich, um das zu tun, einen Kompass und eine Pfeilspitze bezahlen. Was bringt mir das? Naja, hier am Rand ist immer der Bonus abgedruckt, den ich bekomme, wenn ich entweder mit meiner Lupe oder mit meinem Notizbuch in diese Zeile ziehe. Das wäre jetzt hier in diesem Fall, wenn ich mit meiner Lupe hier hochziehe, ein Goldstück. Das heißt, ich würde mir dieses Goldstück direkt aus dem Vorrat holen und auf mein Charakter-Tableau legen. Jetzt seht ihr ja aber hier schon unten drunter gibt es noch ein zweites Feld mit einem Bonus. Und diesen Bonus bekomme ich, wenn ich das Gleiche nochmal mache, also nochmal einen Kompass und eine Pfeilspitze bezahle und dann mit meinem Notizbuch nachziehe. Dann bekomme ich hier nämlich so einen Helfer. Das hier ist das Symbol für einen Helfer und das funktioniert jetzt so, wenn ich jetzt mit meinem Notizbuch hier angekommen bin, dann darf ich mir den obersten dieser Helfer, die hier ausliegen, nehmen und quasi rekrutieren und hier auf mein Charakter-Tableau legen. Bei den Helfern ist es jetzt so, die geben mir immer einen Benefit, wenn ich sie aktiviere. Das bedeutet, den Helfer, den lege ich jetzt hier erstmal hochkant auf mein Tableau. Ihr seht, der Helfer hat hier oben einen Blitz. Das bedeutet, den Helfer zu aktivieren ist eine Nebenaktion. Und den Helfer zu aktivieren bedeutet, ich drehe den einfach um. Dann sehe ich, ich bin in dieser Runde, habe ich diesen Helfer schon aktiviert. Ich darf das in einer Runde immer nur einmal machen, weil diese Helfer erst am Ende der Runde wieder reaktiviert, also hochgekippt werden. Aber es gibt natürlich auch ein paar Kartenaktionen und ein paar Funktionen, die mir eben dabei helfen, auch während der Runde diesen Helfer wieder quasi scharf zu schalten und zu aktivieren. Eine ganz wichtige Regel gibt es noch, die betrifft die Lupe und das Notizbuch. Ihr dürft mit dem Notizbuch niemals weiter in dieser Hierarchie fortschreiten, als die Lupe liegt. Das bedeutet, ihr dürftet jetzt in einem nächsten Zug nicht mit dem Notizbuch weiterziehen, weil dann würde das Notizbuch höher liegen als eure Lupe. Das bedeutet, ihr müsstet erst wieder meinetwegen eine Pfeilspitze bezahlen, um dann dieses Feld zu besuchen. Und erst dann dürftet ihr im nächsten Zug mit eurem Notizbuch auf die gleiche Ebene ziehen. Und jetzt sind wir hier schon bei einem guten Beispiel. Angenommen, ich hätte jetzt tatsächlich die Kosten bezahlt und würde jetzt hier mit meiner Lupe dieses Feld hier besuchen, würde ich mehrere Dinge bekommen. Zum einen würde ich hier diese Aktion bekommen, die hier auf diesem Täfelchen liegt, weil ich der Erste bin, der dieses Feld besucht. Und immer wenn ich der Erste bin, der ein Feld besucht, auf dem ein Plättchen liegt, ist das Plättchen quasi meins. Dieses Plättchen bedeutet, ich dürfte einfach eine Karte verbannen aus den Karten, die ich in der Hand habe oder aus den Karten, die ich schon in meinem Spielebereich gespielt habe. Das kann ich machen, das muss ich aber nicht. Jedenfalls egal wie, wenn ich denn hier dieses Plättchen für mich gewonnen habe, aktiviere ich das und dann kommt dieses Plättchen direkt aus dem Spiel. Darüber hinaus habe ich aber natürlich auch eine neue Reihe erobert. Das bedeutet, für diese Lupe würde ich jetzt gleichzeitig hier noch so ein Kompassplättchen bekommen, was ich mir direkt aus dem Vorrat nehme und auf mein Spielertableau legen würde. Alle Spieler, die jetzt nach mir dieses Feld besuchen, bekommen natürlich keins dieser Plättchen mehr, weil dieses Plättchen habe ich ja genommen, weil ich der Erste war, der diesen Platz hier definitiv erobert hat. Wenn wir uns jetzt mal die restlichen Symbole anschauen, hier die auf diesem Track noch sind, dann seht ihr, es gibt hier auch dieses Mitarbeitersymbol in Gold. Ich habe euch am Anfang schon gesagt, es gibt ja diese Helfershelfer, die man hier hat, in einer silbernen und in einer goldenen Seite und wenn ich jetzt hier tatsächlich mit meinem Notizblock es schaffe, so weit hoch zu kommen, dann darf ich meinen Mitarbeiter hier auch upgraden, also sprich auf die goldene Seite drehen. Netterweise ist es so, dass ich selbst, solange dieser Helfer hier auf der silbernen Seite liegt, sehe ich hier unten in klein schon, welchen Benefit er mir bringt, wenn ich ihn upgrade. Das heißt, ich weiß von vorne herein, wenn ich diesen Kapitän upgrade, dann bekomme ich, wenn ich ihn aktiviere, nicht mehr nur einen Kompass oder ein Boot, sondern einen Kompass, ein Goldstück oder zwei Boote. Das sind die Aktionen, die ich dann eben habe, wenn ich diesen Helfer upgrade. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Grundsätzlich müsstet ihr jetzt schon verstanden haben, wie das mit diesem Forschungstrack hier funktioniert. Wichtig ist auch noch, hier am Rand neben diesen einzelnen Errungenschaften stehen ja auch noch Siegpunkte. Die sind im normalen Spiel erstmal nicht relevant, aber am Ende des Spiels wird dann natürlich geguckt, wo befindet sich eure Lupe und wo befindet sich euer Notizblock. Und dementsprechend, wo sich diese beiden Elemente befinden, bekommt ihr dann aber nur in der Endabrechnung natürlich noch Siegpunkte, je nachdem, wie weit ihr mit diesen Markern in dieser Leiste vorangeschritten seid. Jetzt ist natürlich nur noch die Frage, was ist denn hier mit diesem obersten Bereich in dieser Forschungsleiste? Was kann man denn hier machen? Grundsätzlich ist es so, der erste Spieler, der hier oben diesen obersten Punkt der Forschungsleiste erreicht, der darf seine Lupe hier in den ganz linken Bereich legen und kassiert dann dafür am Ende des Spiels sensationelle 23 Siegpunkte. Der zweite Spieler, der das schafft, für den ist dann quasi hier nur noch der zweite Platz relevant, der bekommt am Ende des Spiels 21 Siegpunkte, sodass man eben immer seinen Marker in das linkeste freie Feld legt. Zusätzlich bekommt dann jeder Spieler, der hier oben ankommt, auch nur das oberste Plättchen, was hier ausliegt. Also in unserem Fall wäre dieses Plättchen einen Kompass wert, den ich mir auch direkt aus dem allgemeinen Vorrat nehmen darf. Darüber hinaus darf ich aber, wenn ich dann hier angelangt bin, auch noch weiter forschen. Und da kommen dann jetzt diese Täfelchen, die hier liegen, ins Spiel. Ihr seht hier unten drunter jeweils Kosten für das jeweilige Plättchen. Also dieses linke Plättchen würde kosten ein Goldstück und zwei Tafeln. Das mittlere kostet einen Rubin. Und dieses rechte Plättchen hier kostet einen Kompass und eine Pfeilspitze. Damit könnte man jeweils das unterste Plättchen kaufen, was hier liegt. Das Plättchen, was hier oben drüber liegt und quasi so die Schnittmenge zwischen diesen beiden Dingen ist, das kostet dann die Summe aus den beiden Kosten, die hier unten drunter abgebildet sind. Bedeutet, um dieses linke blaue Plättchen zu kaufen, bräuchte ich eine Münze, zwei Tafeln und einen Rubin. Und für das rechte Plättchen bräuchte ich einen Rubin, einen Kompass und eine Pfeilspitze. Und nach dieser Logik könnt ihr euch sicher auch schon vorstellen, was diese obersten, supercoolen Plättchen kosten. Dieses 11er Plättchen hier kostet dann tatsächlich eine Münze, zwei Tafeln, einen Rubin, einen Kompass und eine Pfeilspitze. Das bezahle ich jeweils in den allgemeinen Vorrat, nehme mir dann dieses Plättchen, wenn ich es denn verdient habe und lege das hier auch noch in meinen allgemeinen Spielebereich zu den Dingen, die dann eben am Ende für mich als Siegpunkte gewertet werden. Und damit haben wir auch diesen ganzen Forschungsbereich hier auf der rechten Seite erklärt. Und damit sind die sechs Hauptaktionen, die ihr im Spiel machen könnt, auch fertig erklärt. Es gibt nur noch eine Siebte. Und die Siebte heißt quasi passen. Passen bedeutet einfach, ich habe alle meine Ressourcen ausgegeben, ich habe alle meine Karten verwendet und ich möchte jetzt oder kann in dieser Runde keine weiteren Aktionen mehr durchführen. Dann würde ich passen. Dann bin ich für diese Runde auch komplett raus. Alle anderen Spieler können natürlich noch so lange spielen, solange sie spielen wollen. Und wenn dann jeder Spieler gepasst hat, dann wird auch das Rundenende eingeläutet. Und was am Rundenende zu erledigen ist, das erkläre ich euch jetzt. Das Rundenende beginnt mit ein paar Vorbereitungen, die man dann für die nächste Runde erledigen muss. Das Erste, was man macht, ist, dass man natürlich mal seine Worker, also seine Archäologen wieder zurückholt. Das macht man einfach, indem man eben seine Figuren vom Spielplan holt und die wieder in seinen eigenen Bereich zurückstellt. Wichtig dabei ist, dass ihr dran denkt, wenn ihr einen Archäologen von einem Ort zurückholt, an dem noch ein Wächterplättchen ausliegt, dann nehmt ihr euch in dieser Sekunde direkt eine Furchtkarte vom Ablagestapel und die packt ihr dann unten unter euer aktives Deck, was hier auf eurem Spielertableau liegt. Dann könnt ihr euch überlegen, was ihr mit euren restlichen Handkarten macht. Also angenommen, ich hätte jetzt noch drei Karten in der Hand. Ich hätte aus irgendeinem Grund meine Karten nicht komplett ausgespielt. Dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr diese Handkarten für die nächste Runde behalten wollt oder ob ihr einfach sagt, nee, ich möchte lieber neue Karten und legt die in euren Spielebereich. Und dann werden tatsächlich alle Karten, die hier in eurem Spielebereich liegen, gemischt und unter, wichtig, unter euren aktuellen Kartenstapel gelegt. So, dass ihr sicher sein könnt, dass die Karten, die ihr zum Beispiel gekauft habt in dieser Runde oder nicht benutzt habt in dieser Runde, jetzt hier in diesem Stapel ganz oben aufliegen. Dann werden die Gehilfen aufgefrischt. Also wenn ihr jetzt hier euren Gehilfen irgendwie benutzt habt oder verwendet habt in dieser Runde, dann liegt der ja um 90 Grad gekippt. Und am Ende der Runde wird dann dieser Gehilfe wieder in die senkrechte Position gebracht, damit ihr auch wisst, dass euch der für die nächste Runde wieder zur Verfügung steht. So, und jetzt kommt tatsächlich was ganz Wichtiges. Jetzt wird natürlich auch diese Kartenreihe hier aufgefrischt und der Mondstab auf das nächste Level bewegt. Wie funktioniert das? Also, als allererstes wird das Artefakt und der Gegenstand, der links beziehungsweise rechts neben dem Mondstab liegen, die werden einfach entfernt, verbannt und aus dem Spiel genommen. Dann wird der Mondstab eins weitergeschoben, so wie hier, und der Bereich, der jetzt hier links entsteht, wird mit neun Artefakten aufgefüllt. Das ist ein sehr cooler Spielmechanismus, weil das nämlich bedeutet, dass im Laufe des Spiels, wenn dieser Mondstab eben immer weiter hier nach rechts wandert, es immer weniger Gegenstände und immer mehr Artefakte gibt. Das macht ja auch Sinn, weil indem wir die Insel weiter entdecken, kriegen wir natürlich auch immer mehr Artefakte und deswegen gibt es eben im weiteren Verlauf des Spiels auch immer mehr Artefakte und immer weniger Gegenstände. Dann kümmern wir uns noch um den Startspieler-Marker. Ich war ja jetzt in dieser Runde der Startspieler. In der nächsten Runde soll natürlich mein Mitspieler Startspieler werden. Das bedeutet, der Startspieler-Marker wird dann über den Tisch weitergereicht an meinen Mitspieler auf der anderen Seite. Und das Letzte, was man dann noch macht, um eine neue Runde vorzubereiten, ist, dass man sich jetzt von seinem eigenen Kartenstapel die obersten fünf Karten nimmt. Und diese fünf Karten, die man jetzt hier gezogen hat, das werden die fünf Handkarten, mit denen man dann in die nächste Runde startet. Und damit habe ich euch jetzt endgültig alle Hauptaktionen erklärt. Es wird dann rundenweise weitergespielt, bis man dann irgendwann am Ende der fünften Runde angekommen ist. Am Ende der fünften Runde werden dann nochmal alle Archäologen wieder nach Hause geholt, weil es kann ja sein, dass man dann immer noch Furchtkarten bekommt, wenn man eben seinen Archäologen von einem Platz zurückholt, auf dem noch ein Wächter liegt. Und dann endet auch das Spiel und dann gibt es den großen Kassensturz. Am Ende des Spiels werden dann einfach alle Punkte zusammengezählt. Und um das möglichst zu vereinfachen, guckt man dann hier in diesen Punktewertungszettel, der dem Spiel beilegt. Weil dann vergisst man nämlich auch nichts. Das Erste, was hier gewertet wird, das ist die Position der Lupe und des Notizbuchs auf dem Forschungstrack. Ich habe euch schon gesagt, ihr guckt eben, wo liegt die Lupe, wo liegt unser Notizbuch. Und dann guckt man hier eben, okay, in dieser Reihe zum Beispiel würde man für die Lupe neun Siegpunkte bekommen, für das Notizbuch sechs Siegpunkte. Das wären eben zusammen 15 Siegpunkte. Und die würde man dann als erstes hier oben in diese Tabelle eintragen. Dann wertet man alle Plättchen, die man bekommen hat, durch die Forschung, die man hier gemacht hat. Die werden auch alle zusammengezählt und in diese zweite Zeile eingetragen. Dann schaut man, okay, wie viele Totems hat man. Jedes Totem gibt drei Punkte. Und wie viele dieser Plätze auf dem eigenen Tableau hat man eben nicht mit Totems verdeckt. Auch das zählt man alles zusammen und schreibt das dann eben hier in Zeile drei. Dann schaut man sich an, wie viele Wächter man besiegt hat. Jeder Wächter gibt fünf Siegpunkte. Dann guckt man sich alle Karten an, die man in seinem Kartendeck hat. Weil es kann natürlich auch sein, dass in seinem Kartendeck halt hier Karten sind, die man gekauft hat, wie diese hier zum Beispiel. Die gibt natürlich auch einen Siegpunkt. Und die verwaltet man hier. Und last but not least gibt es dann hier unten eine letzte Zeile und in die trägt man dann die Anzahl der Furchtkarten ein, die man hat. Jede Furchtkarte gibt minus einen Punkt. Also für jede Furchtkarte wird hier nochmal ein Punkt abgezogen. Und letztendlich summiert man dann hier alle Punkte, die man sich verdient hat. Und derjenige Spieler, der hier unten in diesem letzten Feld dann die meisten Siegpunkte stehen hat, also die meisten Siegpunkte verdient hat, das ist dann auch der Gewinner von den verlorenen Ruinen von Arnak. Unabhängig davon, dass ich ja dieses Spiel sowieso eigentlich loben muss, weil es ja mein Geburtstagsgeschenk ist, fällt es mir aber auch leicht, dieses Spiel zu loben. Denn dieses Spiel macht wirklich sehr, sehr, sehr viel richtig. Nummer eins, es ist ja momentan so ein bisschen en vogue, Worker Placement zu kombinieren mit Deckbuilding. Und beide Mechanismen funktionieren in diesem Spiel wirklich großartig. Also man kann seine Ausrüstung zusammenkaufen, man kann diese verschiedenen Expeditionen durchführen, man kann verschiedene Orte entdecken, man kann derweil noch an diesem Entwicklungsbaum sich da weiterentwickeln. Es sind viele Spielmechanismen, die aber a. wirklich gut ineinander greifen und b. auch nicht zu kompliziert sind. Also obwohl dieses Spiel relativ viele Zahnrädchen hat, die sich bewegen, ist es trotzdem ein Spiel, was man noch in einem überschaubaren Rahmen auch anderen Spielern erklären kann. Wenn man denn da aber mal drin ist, dann macht dieses Spiel unheimlich viel Spaß und die Mechanismen sind auch so clever, dass man vor allen Dingen auch mit verschiedenen Strategien zum gleichen Ziel kommen kann. thematisch ist das Spiel ja sowieso über jeden Zweifel erhaben. Diese ganze Indiana-Jones-Thematik finde ich super cool umgesetzt und deswegen, es ist ein sehr schönes Spiel. Es ist ein taktisch cool aufgemachtes Spiel mit sehr coolen Mechanismen. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr unseren Kanal gerade eben erst neu entdeckt habt, herzlich willkommen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und idealerweise sogar die Glocke zu klicken, damit ihr aktiv informiert werdet, wenn es von uns etwas Neues gibt. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer ein schönes Spiel. und bis zum nächsten Mal.